Da! Da! Oh Gott, was für Stuhlung gefallen! Scheiße! Okay, da bin ich wieder! Äh... Tierarztbesuch steht heute noch auf dem Programm. Ich hab Spaß! Na, ich hab die Küche offen gelassen. Ganz kleinen Moment, bevor es weiter geht. Und nein, dafür drücke ich jetzt nicht auf Pause, dass ich einmal die Tür schließen gehe. Weil... ich mag die Katzen nicht in der Küche haben, weil die Kleine nur Unsinn anstellt. Und... ja. So. Ich muss halt, glaube ich, hier landen. Ah, da ist jetzt Gold. Steh! Ja. Jetzt hier runter. Hallo! Bist du... ein Verstoßener? Du hast von einem weißen Wasserschwein geredet. Pisco will, dass ich mit allen Verstoßenen rede. Bist du ein Jäger? Und... ein weißes Wasserschwein war schuld? Und hast du's gemacht? Und... Danke für die schöne Geschichte, Paimo. Mh, da sind Albino-Wasserschweine. Das ist ja traumhaft. Wenn ich jetzt hier lang gehe... Mh... Mh... Hey! Ist das ein Wildschwein? Mh... 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 Ach nein, das ist Wetterumschwung. Okay. Wo bin ich überhaupt da? Ja, ich habe gerade nach meiner Katze geguckt. Keine Ahnung, was er wieder hat. Aber das kriegen wir hoffentlich nachher raus. Fahren wir schön Taxi hin. Hallo, gehörst du zu den Verstoßenen? Ich bin Laura, Pisco schickt mich. Nein, ein Junge namens Taki hat seine Würfel verloren. Ich will sie zurückgewinnen. Pisco gibt sie mir aber erst, wenn ich mit allen Verstoßenen geredet habe. Tut er. Was ist passiert? Nein. Was hast du getan? Was hast du gestohlen? Warum? 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 Ich will sie mit allen Verstoßenen licikanya. 02 Danke für deine Geschichte, Chaska. Chaska hatte Glück, dich zu haben. Schickte Chutzili, Schick. Ah, jetzt muss ich doch wieder dahin. Beeilen uns mal ein wenig? Hm? Nix. Schickte Chutzili. Ich wollte gerade gucken, ob ich hier schon drin war, aber ja, da ist. Hi. Hallo. Bishabel, das ist die Masse. Äh. Biskotusstech. Stimmt. Morika, sopkate ningwujik, akkababechlaelara, le achkilitschkunezahobo, uujaliko bakkaba, techkages, le saskuna gesilo, techkast, uhekalabchakchel. Ja, bin ich. Ah, maujikabajelanil, janiliu yuchullemiso, unach ekhetzik, kapataltebeya, wua ekhelchunul. Das ist keine leichte Entscheidung. Amster volkskabij. Tahuoyah, rimak? Ujeyalübel, jokalkap. Machentschabili. Leti ee utsulugulten. Beilara. Machentschabili. Uwakuhetzik, ukilitschkunaghirko kulkan. Kupalistik, tulakalon jetel. Janujala lejolu kanantikon. Makwabijiri, rimak? Mmm, le teo olima tutan. Lekilitschkunagilo, kubetikob, tumen sakakhop. Angstrofuah? Das war's. kaufen? Ach, Pfeilgift. Ich hab leider nicht genug Geld. Bei ihr könnte ich die Triche kaufen! Ich hab leider nix. Wenn ich jetzt hier rechts abbiege. Da ist das Wandgemälde. Es ist nicht Mum. Eine Darstellung der Omen, die die Ankunft der Spanier voraussagten. Die Tiefe von der Wandgeber in der Aktionphyse. Wieisa man sich so, was es? Ja. Hier haben wir nochtorzeige Spanier. Was ist die Taste? Ich bin sehr leid. Ich bin sehr leid. Nicht das. Ich bin sehr leid. Man muss irgendwie da rüberkommen, aber ich weiß nicht wie. Oh, sorry. Be a witch! Nee, ist wahrscheinlich über mir. Ja, um, wenn man da hinkommt. Achso, doch, hier ist ein Haus. Ja, um, wenn man da hinkommt. Ja, um, wenn man da hinkommt.